Servus und nach langer Zeit wieder herzlich willkommen von eurem Tab Zero LP. In der letzten Zeit bzw. in den letzten sechs Monaten ist bei mir nichts mehr gekommen, das habt ihr wahrscheinlich auch selber schon gemerkt, weil ich halt einfach keine Lust mehr auf YouTube gehabt habe. Ich habe durch die Arbeit und Berufsschule einfach viel zu viel Stress gehabt, aber das hat sich mittlerweile bei mir recht gut eingerenkt und der Spaß an YouTube ist jetzt mittlerweile bei mir wieder zurückgekehrt und habe gedacht, warum fängst du nicht einfach wieder damit an? Und in dem kurzen Infovideo möchte ich halt einfach sagen, was auf meinem Kanal wieder kommen wird und was in der nächsten Zeit einfach so ansteht. Es wird genauso sein von den Spielen her oder den Let's Plays wie vor dem kurzzeitigen Ende. Es wird Fußballmanager 13 kommen, es wird FIFA verschiedene Let's Plays kommen, da ist zum Beispiel auch schon beim ersten Video was geplant mit dem Dr. Jones. Da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Es wird Formel 1 kommen, beziehungsweise ist geplant, dass es kommt mit dem Ghost Rider XXL und vielleicht mal noch andere kleinere Sachen, wo ich drauf Spaß habe und hoffentlich ihr dann auch. Was neu sein wird bei mir, es werden ab und zu mal Vlogs kommen. Da kommt jetzt auch in der nächsten Zeit schon eins. Ich bin nämlich am 7. Februar, bin ich in Aachen. Da schaue ich mir das Spiel Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen im Tivoli an. Und da bin ich auch nicht alleine. Da sind der Dr. Jones, der Navas Gaming, der Kraus als Spielerbilder, der Ghost Rider XXL und der Foot Underground dabei. Und was ich dazu sagen will, falls jemand von euch da ist und will die aufgezählten Leute oder mich mal treffen, könnt ihr mich gerne über YouTube anschreiben oder einfach in die Kommentare schreiben, ihr seid da und seid dort und dort im Stadion. Oder dann können wir ja ausmachen, dass ihr sich irgendwie vorm Stadion trifft. Und das würde mich einfach sehr freuen, weil ich würde gerne mal meine Zuschauer einfach kennenlernen, was für Leute einfach dahinter stecken und das würde ich einfach sehr interessant finden. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon mit dem kurzen Infovideo. Und ich hoffe, ihr werdet dann zahlreich bei meinen Let's Plays wieder einschalten und wir hören uns im nächsten Video dann. Ciao!